Ja, ähm, das ist nicht Mario 64 oder ein Hack, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Und, naja, eigentlich war hier ja so einer geplant, aber, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Tja, und deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein Schloss hinein und schauen, was uns... Oh, das ist ja das Level. Tourist Beach. Oh, check the lighthouse. Ein meintrachtlicher Strand oder was? Äh. Nee, das ist mir nicht weihnachtlich genug. Den spiele ich nicht. Nein! Ah! Also, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das war für mich eine absolute Themenverfehlung, weswegen ich kurzfristig umdisponieren musste und einen SMW-Hack jetzt stattdessen gefunden habe. Bei den SM64-Hack. Oh no, it's Christmas and I must be in Peach's Castle by now. I'm a Surrey! Ja, der SMW-Hack, der morgen an Heiligabend kommen soll, den will ich auch morgen rausbringen, deswegen, ja, gibt's jetzt hier SMW-Christmas-Special. Marius' Haus. Oh, Yoshis Island-Musik. Okay, zwei geheime Herzen. Wenn ich mehr will, muss ich die finden. So, Moment. Ich muss hier eine kleine Kleinigkeit verschieben. Yeah. Wunderbar. Und dann fangen wir an. Snowy Plains. Vier Exits hat das Ganze. Das hört sich für mich nicht so gesund an. Ey! Halt die Klappe, Java! Junge, was knirscht denn da so? Das hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Aber So, von dem, was ich bis jetzt sehe, hört sich da, also sieht das Ganze doch sehr ansprechend aus. Yoshis Island-Grafiken. Warum ist da so eine rote Kante? Okay, ich habe noch meine Safe States, weil ich will mal schauen, was hier, ob hier unten, was ist. Ja, lol, geiler Prank. Aber auch mal in die Röhren regelmäßig reinschauen. Also, auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, dass diese, dass dieses Knarzen in der Musik auf jeden Fall schon mega nervt. ob das vielleicht, ah, hier drin ist was. Okay. wurde hier, ah, hier war das andere Herz. Oder das erste Herz. Ich dachte jetzt mal, hätte hier schon irgendwie einen kleinen Treu reingebaut, so von wegen, geh noch einen Schritt weiter und bekommst unendliches Bonus-Game zu sehen. Huh, sind das Eisbrüder. Ja, das sind so natürlich wieder hier schön knarzende Musik. Ich glaube, da kann ja mal der Hacker-Steller was dafür. Denn das, ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, das kann meistens an der Datei, wo der Soundtrack halt eben drin ist, liegen. hatte ich auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Ja. Und auch wenn das eigentlich nicht wirklich Safe Statens wert wäre hier, mach ich das trotzdem mal, weil, ist ja, kann man, kann man nie was falsch machen mit Yeah, Fahne oder was? Das ist nett. Auf jeden Fall sehr nett gemacht, so was ich bis jetzt sehe. Okay. Das war Level 1. Frozen Café. Oh, A-Münzen. Gibt's die hier auch anscheinend, ne? Okay, ist hier vielleicht auch noch das andere Herz vielleicht sogar versteckt. ich schau mal, nö, das hier ist nur ein Troll. Feuerbruder, Hammerbruder, Eisbruder. Ey! Uncool! Alter! Das war uncool. Ich verstehe. Das ist hier so ein Hexo von wegen, lass dich viermal treffen und dann töten wir dich erst oder eine gewisse Anzahl von Malen treffen. Hammerbruder. Noch ein Eisbruder. A-Münze. Da haben wir wieder die A-Münze. Dich brauche ich nicht, Kollege. Ach, komm schon. Ne, hier komme ich nicht rein, aber hier hoch? Das war ja kurios. Bruder, ist ja kurios. Warte mal. Irgendwie soll das, also funktioniert das nicht so ganz, wie es sollte. Habe ich denn einen Druck, um Gottes Willen? um Himmels Willen, Alter. Das war jetzt hier Nervenkitzel pur. Sorry, sorry, dass ich da jetzt gerade nicht aufgepasst habe, also bei dem Feuerbruder. Denn, äh, 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 geil, so starke Sprite Limits, dass ich, wo hat der mich jetzt getroffen? Ich sag's euch gar nicht. Bruder, da muss ich aber langsam echt groß, so, 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 Sehr schade. Immerhin Ziel erreicht. Snowy Fields, Level 3. Die Musik kenne ich doch. Junge. Oh, come on, dude. Also, wenn das schon wieder so anfängt, ha, 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 nicht mit mir, Junge. Ich verstehe, was sie von mir wollen. Okay, also, ich brauche den Panzer hier. Denn hiermit muss ich den P-Switch rausholen. Junge. Geht doch. Also. Ich hoffe mal, das klappt hier. Aber offenbar nicht. Schade, ich habe mir da was von erhofft. Dann muss ich dich vielleicht doch irgendwo hin mitnehmen. Aber wohin ist jetzt die große Frage. Tja, seien Sie mit dabei, wenn es heißt, der Preis ist heiß. Oh, blablabla. Hier denke ich auch nirgendwo. Ich überprüfe aber auch nicht alle Röhren. Oh ja, Mario 64 Musik in SMB-Hacks. Finde ich geil. Also, wofür ich den gebraucht habe, habe ich nicht festgestellt. Komm, den holst du noch ein. Yeah. Also, das war ein bisschen komisch mit dem P-Switch, aber egal. Warum läufst du jetzt von selber runter? Christmas Fields. Ach, das schaut wieder nach was angenehmen netten aus. Oh ja, das schaut sehr nett aus. Oh yeah, Jingle Bells. Ich bin gehypt. Na, na, na. Ha, alles immer noch besser als Last Christmas. Na, na, na. Oh, jetzt bin ich auch schon wieder fast tot. Na. Was kommt jetzt? Oh, stille Nacht. Hier ist jetzt wohl so ein kleines Weihnachtslieder Best of, oder was, im SMB-Style. Sehr nice. Das ist sehr nice, würde ich saßen. Na. Na, na, na. Lass mich in Ruhe. Ruhe. Ach, komm schon. Hey, uncool. Oh, lila Panzer. Na, 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 na. Ich will dich nicht. Uiuiui. Hier werden doch teilweise noch sehr gemeine Sachen verlangt. Ei, 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 ei. Lass es das jetzt bitte gewesen sein. Oh. Bowser ist anscheinend... Junge, Bowser ist hier anscheinend doch noch Bossgegner. 3, 4, 5, 5. Okay, einmal hier noch mit dem und zack. Yeah, geschafft. So, Kurs clear. Ja, und nu? Sind wir angekommen. Pete's Castle. Thank you for playing. You have clear all levels in the sec. I will continue my other project. SMB Bowser Chaos. Yeah, kann ich hier wieder raus? Geil. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt und jetzt leckt mich am Arten. Wasser. Musik Matz. Musik Nutzer. Musik .